So, da bin ich wieder mit Nasty unterwegs im Hoheitsgebiet der Alp. Was kann man denn da Schönes machen? Das sieht... ...interessant aus. Oh, die sind überhaupt Mutanten. Diese Bunker sprechen nur eine Sprache. Wer es nötig hat sich darin zu verkriechen, drückt sich vor einem Kampf. Ah, das kann ich sicher noch einmal gut gebrauchen. Eine Gleitersteuerdüse. Nice. Bis ich hier mal drinnen gucken war. Unser Ziel liegt genau vor uns. Leider auch ein Friesermutant. Ah! 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 Fuuuck! Fuuuck! Aua! Wollen wir trinken? Scheiße, sind das viele. Ja. ok da war aber ein besonderer typ den können wir mal kurz gucken ob wir den umhauen können ich stand da irgendwie drin in der hütte so 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 Da ist wer auf Ärger aus. Geotax. Oh nein, es kommt der Dicke. AHHHHH! komm her nesti sind viel zu stark verreist du 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 Ja toll, jetzt kommt Nasty nicht mit oder was? Können wir mal versuchen, ob wir den alleine schaffen? Der ist ja deutlich langsamer als der andere. Okay, so schwer sind die nicht. Und geben aber fette Erfahrungspunkte an die Typen. Jetzt muss ich nochmal zu der Leiche hin. Diese Geaxe ist schon noch mehr hier. Quack, der war bestimmt wichtig. Okay. 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 Was ist denn noch bis zum Konverter? Meine Güte ist das noch ne weite Strecke. Ist halt auch schon, also hier kann ich echt noch einiges entdecken und erforschen. Habe ich jetzt über den Sieg hier? Zieh, uhr und dann sind wir da auch schon da. Vielleicht haben wir auch Glück, wenn wir nicht so ne große Verteidigung. Aber ich glaube es nicht. Oh fuck. Okay, die haben eine Maschine und ne Drohne die da rumfliegt. Oh fuck, viele Alps. Dann ist ein Teleporter glaube ich und das ist richtig sie hier. Ich bin da Glück und ne Seite. Oh, Kampfroboter. Der Eingang ist da vorne, das heißt, du musst um die Maschine rum. Skitch. Das ist ja alles voll. Das sind aber nur zwei, das sind maximal drei. Die Drohne könnte ich mir schnappen und dann ist halt Feierabend. Ich versuch's mal, wenn ich bald wieder kommen. Jetzt sterben können wir ja sowieso, ne? Das ist ja alles voll. Das ist ja alles voll. Okay, der ist tot. Das ist schon mal gut. Spielstand speichern. Da ist noch ne Drohne. Zwei Typen. Spielstand speichern. Wahrscheinlich wäre das auch deutlich einfacher gegangen. Gibt's hier bei Kampfroboter? Da ist mehr auf Ärger auf. Die Drohnen sind jetzt echt nicht so schwer zu besiegen. Immerhin haben wir jetzt hier einen Punkt, wo wir uns hin teleportieren können, was auch ganz cool ist. So, ich würde sagen, ich werde an dieser Stelle einen Cut machen und dann war's das mit dieser Aufnahmesession. Ich werde nochmal speichern, weil wir haben dann doch nochmal Fortschritt erlangt. Und dann geht es in der nächsten Aufnahmesession weiter. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir sind jetzt dabei, die Konverte alle abzuschalten und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Ich könnte Ignadon noch durchquesten. Ich weiß noch nicht, wie ich das genau mache. Mal schauen. So, ich werde hier Schluss machen. Danke fürs Zusehen und dann sehen wir uns zur nächsten Aufnahmesession wieder. Bis dahin. Tschööööööööö.